Hallo Leute, das Metalhead-Set von Niko aus dem Norma gibt es heute für euch im Test. Viel Spaß dabei! BS 410 BS 420 SP 700 Mega laut SP 710 So, wer foment jetzt hier zwischen die Kamera? Ich hoffe, ich auch nicht zufrieden, aber ich glaube, ja, ne. Das muss ja postig auf sein.